Vitalität bedeutet für mich jeden Tag in der Früh aufzuwachen, dankbar zu sein für mein Leben, für meine Partnerschaft, für die Freunde, die mich umgeben und vor allem, dass ich meinen Beruf zur Berufung machen habe dürfen. Die Aloe wäre eine Heilpflanze. Wir verwenden das in der Q-Lounge Therapie begleitend bei allen Einheiten, bei allen Therapiemöglichkeiten und der wichtigste Bestandteil ist der hohe Anteil der Lichtphotonen, der Lichtquanten und immer mehr Menschen in der heutigen Zeit wissen, wie wichtig es ist, sich Energie in Form von flüssigem Licht, kann man sagen, bei der Aloe Vera zuzuführen. Die Q-Lounge steht für Quantenlounge und ist ein Therapiezentrum für Therapeuten, Mediziner, Personal Coaches und Fitnesstrainer. Wir haben von der klassischen Therapie, Physiotherapie, Heilmassage, Shiatsu, Kranisakraltherapie, über energetische Massagen, Energieanwendungen bis hin zu unserer Q-Lounge Beauty. Der Anspruch war daran, dass wir eine langfristige und nachhaltige Begleitung für unsere Klienten gesucht haben. Und ich glaube, wir haben mit diesem Konzept den Zeitgeist getroffen, eine Stelle für Prävention und Salutogenese zu schaffen, für Menschen, die sich gesund erhalten möchten und frühzeitig etwas für ihre Vitalität und Fitness machen möchten. Wir haben sehr viele Kooperationen mit Schulmedizinern. Die Schulmedizin wird natürlich auch gebraucht. Aber unser Ansatz mit der Q-Lounge, mit der Quantenlounge, die sich von der Energiemedizin ableitet, ist natürlich rechtzeitig etwas für die Vitalität und Gesundheit zu tun. Und dafür stehen wir mit Q-Lounge. Q-Lounge 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 Q-Lounge